Hallo liebe Gesegrinnen, hallo liebe Gesegrinnen, hallo liebe Nicht-Gesegrinnen und Nicht-Gesegrer. Unser wöchentliches Rathaus-TV, wie immer in diesen Zeiten mit Corona-Update, aber nicht mit den angekündigten Antworten auf eure Fragen, denn wir haben relativ viele aktuelle Dinge, die ich erzählen möchte. Ich komme dann später zu den Fragen. Beginnen wir mit dem Corona-Update. Wir haben nach wie vor zwei virulente Fälle, also akute Fälle und vier Fälle in Quarantäne. Die zwei akuten Fälle sind in den letzten Tagen der Quarantäne befindlich. Ein Mann um die 40 in der Kernstadt, der ist aber Anfang nächster Woche dann aus der Quarantäne raus, wenn da keine Verlängerung erfolgt, und eine Frau um die 50 aus der Stürme der Familie, die jetzt seit einigen Wochen alle sieben bis zehn Tage einen neuen Fall in der Familie hat. Die sind aber jetzt fast durch. Die können von Glück reden, dass wir keine Reiserückkehrer haben, die in den Kinder auch in Schulen haben oder positiv gekästete Kinder in Schulen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, in der Stadt Soest sind an mehreren Schulen insgesamt vier Schulklassenstand jetzt gerade in Quarantäne geschickt worden, weil da Kinder ihr verspätetes Testergebnis von der bayerisch-österreichischen Grenze bekommen haben. Haben wir noch nicht, könnte uns aber genauso gut passieren. Toi toi toi, dass uns das nicht passiert. An den Schulen ist der Unterricht wieder losgegangen. Es hat große Handreichungen vom Land gegeben, die aber im Kern sagen, tragt Maske, Sportunterricht bitte draußen, schwimmen nur wenn es geht und alles andere regelt der Schulleiter, die Schulleiterin. So hat das auch bei uns stattgefunden. Die Schulen funktionieren, soweit wir das sehen können, ganz gut. Wie weit die Benutzung der Sportanlagen funktioniert, wenn jetzt aller Sportunterricht draußen stattfinden soll. Das kann nicht funktionieren. Da haben sich die Schulen abgesprochen. Da gibt es auch Lösungen für. Wenn das Wetter schlechter wird, wird es aber auch noch potenziell ein Raumproblem werden können. Nichtsdestotrotz haben wir die Sporthallen ab der nächsten Woche auch wieder für den Vereinssport geöffnet. Wir nehmen gerade Kontakt auf mit den Vereinen und klären, wie das funktioniert. Denn die Hygienekonzepte müssen von den Vereinen kommen und müssen auch von den Vereinen eingehalten werden. Wir haben den Rahmen darüber zu stellen und den Rahmenhygieneplan sozusagen zu machen. Das besprechen wir. Ähnliches gilt auch für das Leerschwimmbecken in Störmede. Da ist gerade so, dass da noch Umklemmarbeiten erfolgen müssen für die Versorgung des Leerschwimmbeckens, weswegen aber auch die Turnhalle in Störmede zwei Tage später als die anderen Turnhallen öffnet. Das Leerschwimmbecken würden wir dann auch gerne, nachdem es befüllt worden ist, nachdem die Umklemmarbeiten alle erfolgt sind, mit Wasser füllen und dann auch dem Vereinssport, dem DLRG, den Schwimmern wieder zur Verfügung stellen, sodass ihr auch in zehn Tagen ungefähr da reinkommt. Wir nehmen aber mit allen betroffenen Vereinen Kontakt auf oder haben schon Kontakt aufgenommen zum Teil, dass der Vereinssport in den Sporthallen und im Leerschwimmbecken wieder anlaufen kann. Ja, dann haben wir für die Schulen noch etwas, nämlich das Land hat Soforthilfeprogramme beschlossen für die Digitalisierung und vor allem für die digitale Ausstattung in den Schulen. Zum einen für die Lehrer, zum anderen für die bedürftigen Schülerinnen und Schüler. Wir sind da in Abstimmung gegangen mit den Schulleitungen. Die Lehrer in den weiterführenden Schulen sind ja von uns mit städtischem Geld schon mit iPads ausgestattet worden. Wir würden jetzt nochmal iPads kaufen, so 570, 580 Stück sind das im Ganzen. Hauptsächlich erstmal für bedürftige Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrerkollegien und die Geräte, die dann frei werden, die werden wir als Klassensätze dann in den normalen Unterricht geben. Das sind ja Sachen, die wir als Stadt bezahlt haben. Die gehen dann in die normale Schulgebrauch, in die normale Schulverwendung. So ist es schön, wenn wir jetzt, wie gesagt, 570, 580 neue Geräte an die Schule kriegen. Das Problem oder die Herausforderung dabei ist, es steht zwar Sofortprogramm drüber, aber normalerweise muss das ausgeschrieben werden. In den großen Städten muss es europaweit ausgeschrieben werden und dann relativiert sich das Wort sofort ganz schnell. Wir müssen, weil wir nicht so viel Gesamtsumme haben, nicht europaweit ausschreiben, sondern eine Stufe drunter. Wir bemühen uns jetzt ganz, ganz schnell da zu sein, um vor der ganz großen Bestellwelle der Großstädte und der Einkaufsverbünde was zu bekommen, weil ich mir durchaus vorstellen kann, wenn wir schon 580 Geräte kaufen, wenn ich das allein in NRW multipliziere, dann kommen da Stückzahlen zusammen. Da können ganze Apple-Werke, denn das wird das meistgekaufte Produkt sein, nur für die Versorgung von deutschen Schulen arbeiten in China. Da wollen wir gerne vorne mit dabei sein. Ja, eine Sache von euren Fragen könnte ich jetzt ganz kurz schon beantworten. Das sind die Netze an der Adenauer Schule. Das werde ich aber auch bei den nächsten Folgen noch weiter ausführen. Das sieht so aus, als kriegten wir die Netze, die vertikal hängen, die die Klassenräume mit so einem Grünschimmer verdecken, als kriegten wir die in den Herbstferien ab. Das ist noch nicht 100% sicher, das ist 98% sicher, aber soweit, dass ich mich traue, es hier zu verkünden, dass die Räume endlich von dem Grünschleier durch die Netze befreit werden. Dann kommen wir zur Wahl. Jeder von euch bekommt in der nächsten Woche eine Wahlbenachrichtigung. Ich gucke gerade, da ist meine Wahlbenachrichtigung zum Beispiel, die bekommt jeder von euch nach Hause und da werdet ihr zur Kommunalwahl eingeladen. Die Kommunalwahl besteht bei diesem Mal aus vier Wahlgängen oder vier Wahlen mit je einem Wahlgang, vier Stimmen, die ihr habt, nämlich der Kreistag, die Landrätin, der Stadtrat und für den Bürgermeister-Bürgermeisterin könnt ihr eine Stimme abgeben. Das könnt ihr ganz klassisch tun, indem ihr mit dieser Wahlbenachrichtigung in euer zuständiges Wahlbüro geht, in euren Wahlraum geht, der steht hier oben gleich drauf. Wenn ihr in Corona-Zeiten sagt, das mache ich lieber im Homeoffice, ich wähle lieber zu Hause, dann müsst ihr Briefwahlunterlagen nach Hause bekommen. Das geht auf verschiedene Arten und Weisen. Ihr könnt hier auf der Rückseite euer Geburtsdatum und euren Namen eintragen und uns das Ding zurückschicken. Dann schicken wir euch den Satz Briefwahlunterlagen oder aber ihr nutzt hier den QR-Code. Will ich mal gerade machen. Fotografiere den mal eben ab. So, da ist er. Dann kommt ihr auf die Seite der Südwestfalen-IT. Da sind alle Angaben zu euch dann schon getätigt. Ihr müsst nur noch den Datenschutzhinweis und den Hinweis zur Datenverarbeitung mit dem Haken versehen. Klickt auf Absenden und dann schicken wir euch auch das Paket Wahlunterlagen nach Hause. Was passiert dann, wenn ihr es zu Hause habt? Ihr bekommt einen Wahlschein und ihr bekommt vier Stimmzettel. Bei den Stimmzetteln ist das so, sieht man vielleicht, die sind gelocht an verschiedenen Stellen und die haben hier oben alle ein Dreieck. Das hängt damit zusammen, dass wir bei diesem Mal zum ersten Mal Wahlunterlagen haben, die für sehbehinderte Menschen geeignet sind. Die können sich eine Schablone machen und können dann selber wählen und sind nicht auf die Hilfe anderer angewiesen. So, ihr habt dann die Unterlagen zu Hause. Was passiert dann? Ihr bekommt den Wahlschein und ihr versichert uns bitte an Eides statt, dass ihr selber die vier Kreuze gemacht habt, die ihr machen könnt. Unterschreibt das. Macht eure vier Kreuze für die vier Wahlen, die ich eben genannt habe und packt all die Zettel in den blauen Umschlag. Da haben wir auch eine Bedienungsanleitung noch dabei liegen, wie das geht. Die kommen alle in den Umschlag. Die sind jetzt hier drin. Dann kommt der blaue Umschlag zusammen mit dem Wahlschein in den roten Umschlag. Steht aber auch auf der Bedienungsanleitung. Und dann bringt ihr entweder diesen roten Umschlag zu uns in die Stadtverwaltung, an der Stiftskirche, in der Kernstadt oder ihr könnt ihn auch in jeden Postkasten der Deutschen Post werfen. Ihr braucht ihn nicht zu frankieren. Er wird umsonst verschickt und kommt dann bei uns an. Die andere Möglichkeit, die ihr habt, zu wählen, ist hier bei uns vor Ort zu wählen, indem ihr in die Stadtverwaltung kommt. Dazu bringt ihr auch wieder die Wahlbenachrichtigung mit. Und ihr könnt auch eine Bevollmächtigung mitbringen für bis zu vier andere Personen, die auf jeweils ihrer Wahlbenachrichtigung euch bevollmächtigen, ihre Briefwahlunterlagen mitzunehmen. Aber bitte nur für euch und vier weitere Personen. Und die müssen jeweils unterschrieben haben. Auch Ehepartner und Kinder, Eltern müssen unterschreiben. Wir brauchen von jedem die Unterschrift. Und dann bekommt ihr die Briefwahlunterlagen mit nach Hause. Oder aber ihr könnt direkt hier bei uns vor Ort wählen. Und dann steckt, packt ihr auch wieder die Zettel alle in den blauen Umschlag und steckt den in die versiegelte Urne rein. Da erklären euch aber auch die Kolleginnen und Kollegen, wie das funktioniert. Das ist eigentlich, das ist nicht eigentlich, das ist kinderleicht. Das kann jeder. Ja, wir würden uns freuen, alle, die ehrenamtlich und hauptamtlich Politik machen, wenn ihr wählen geht. Es ist die schönste Bürgerpflicht und die höchste Bürgerpflicht. Der Souverän drückt seiner Meinung aus. Guckt euch die Wahlprogramme, die Personen an. Macht euer Kreuz da, wo ihr es für richtig haltet. Geht aber auf jeden Fall wählen. Und wir empfehlen euch die Briefwahl. Der einfachste Weg für YouTube-Gucker und Facebook-Nutzer ist sicherlich der QR-Code. Dann habt ihr die Unterlagen in zwei Tagen zu Hause. Macht die Kreuze, steckt es in Umschlag und werft es in Postkasten. Dann habt ihr gewählt. Ihr seid aber auch gerne hier bei uns in der Verwaltung willkommen. Dann müsst ihr aber einen Mund-Nase-Schutz umhaben, wenn ihr unser Gebäude betretet. Und unter Umständen ergeben sich auch Wartezeiten. Und die Warteräumlichkeiten sind nicht so, dass wir hier jetzt 20 Leute Corona sicher warten lassen können. Es könnte also sein, dass man gegebenenfalls auch draußen vor dem Gebäude warten muss. Von daher bitte ich euch, nutzt die Chance zur Briefwahl. Wir sind für eine hohe Briefwahlquote vorbereitet. Mein Handy bimmelt. Heißt, komm endlich zum Schluss. Das tue ich auch. Ich wünsche euch alles Gute. Geht wählen. Wir sehen uns hoffentlich heil und gesund nächste Woche wieder. Deswegen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und tschüss.